Berchtes Gorn ist ein Gefühl. Das sind die Traditionen. Das sind die Freunde. Und Berchtes Gorn, das ist mein Daheim. Und das sind eben nicht nur die Berge und das Klettern, sondern auch der Wald und die Wiesen, neue Landwirtschaft, da lebe ich genauso schöne Momente wie oben am Berg. Untertitelung des ZDF für funk, 2017